Die Welt und ihre Begierde vergeht, wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. So aus dem ersten Johannesbrief am vorletzten Tag des Jahres 2014. Was suchen wir Menschen mehr als Ewigkeit? Ich glaube, wir suchen sogar mehr Ewigkeit, lange sein zu dürfen auf dieser Welt, lange leben zu dürfen und ewig zu leben. Wir suchen das mehr als zum Beispiel auch die Liebe. Ewigkeit kann uns nur einer geben, das ist Gott. Über allen Tod hinaus. Ewigkeit schenken kann uns allein Gott. Diese Ewigkeit, die Zeiten überdauert, die Lebensjahre überdauert, die das mitnimmt, was in einem Leben nicht nur gelungen war, sondern was im Leben auch schön ist. Und in dieser Ewigkeit treffen wir wiederum Menschen, die uns im Tod vorausgegangen sind. Wir begegnen Gott in seiner ganzen Fülle des Lichtes. Ewigkeit kann nur Gott schenken. Mit diesem wunderbaren Gedanken möchte ich Sie und alle, die zu Ihnen gehören, heute segnen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Im Namen des Vaters, 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 des Heiligen Geistes. Amen. Untertitelung des ZDF, 2020